Hey Leute, willkommen zurück, das ist Brains Tactics and Strategy mit Let's Play Flashpoint Campaigns Cold War Southern Storm. Ich freue mich riesig, weil wir wieder eine, mit dieser Aufnahme, mit dieser Folge eine neue Mission starten werden, nachdem wir jetzt die Tutorial-Missionen, ja, irgendwie bewältigt haben. Die waren recht knackig, muss ich sagen. Werden wir uns jetzt mal anschauen, was es hier noch so an Szenarien gibt. Die Tutorial-Mission 3, die NBC-Warfare-Mission sozusagen, hatte ich ja schon angedeutet, die werde ich zu gegebener Zeit nochmal wiederholen. Zum einen finde ich einfach, dass es ein ganz spannendes Setting ist und zum anderen, ja, möchte ich die natürlich auch irgendwie gewinnen. Und ich denke, mit zunehmender Erfahrung sollte das dann auch kein Problem werden. Ich drehe jetzt mal die Musik ein bisschen leiser, ich glaube, die ist sehr laut. Gut, dann schauen wir uns mal um, was wir hier Schönes haben. Start New Scenario. Und zwar haben wir, ich würde jetzt mal hier im Bereich Extra Small bleiben für den Anfang. Und, ach so, nee, Moment, das sind ja nur die Tutorials, ne? Gut, dann gehen wir mal auf die Kartengröße Small. Six-Hour-Szenario. Gut, was gibt es denn hier Schönes? Brothers in Arms. Genau, und ich würde jetzt mal das Ganze auf Westdeutschland beschränken. Also, das heißt, wir würden dann die westdeutschen Truppen nehmen. Das haben wir bei diesem Szenario. Starting at 20 Uhr, 21. Juli 1989. Ach so, gut, wenn man jetzt hier irgendwie chronologisch vorgehen würde, dann fängt es natürlich hier an. Quietly flows the Donau. Acht Uhr. East of Straubing, Germany. West German versus Tschechoslowakian forces. Das finde ich interessant. On the Bavarian East, the war had so far been slow in developing. The Tschechoslowakian forces had been split from the first hour with the 2nd Motorized Rifle Division, taking a northwest route that would eventually lead to Amberg. Meanwhile, the 15th Motorized Rifle Division, Padong, took a more southwest route aimed at Munich. Their hope was that the dual-pronged advance would split the already dispersed NATO defenses. The West German 11th Panzerbrigade had control of the area and, for the first day of the offensive, had been able to hold the line with minor issues. The fact that it was close to its higher HQ had helped in coordinating the defense under the heavy electronic warfare blanket laid down by the Tschechoslowakians. Okay, das andere, da schaut ihr bitte selber mal kurz drüber, über die Pauseoption. Ich denke, das sagt jetzt schon sehr viel aus. Gehen wir nochmal weiter. Und der letzte Abschnitt. Okay, sehr spannend, Style of Play, natürlich Computergegner. Wir sind NATO-Commander, beziehungsweise befehligen unsere westdeutschen, deutsche Bundeswehr. Proceed. Und hier lassen wir das natürlich, wie wir schon festgestellt haben, ist das eine gute Einstellung. Genau, Veteran, Proceed. Lieutenant Commander Gütersloh. Gut, das wäre dann wahrscheinlich eher Generalleutnant oder sowas. Welcome to the Quietly Flows the Donor-Szenario. You are commanding the NATO Forces and have four hours to accomplish the mission, described in your scenario briefing. Genau, das haben wir jetzt gerade uns angeschaut. Und hier haben wir die Siegpunkte. Da haben wir verschiedene Siegpunkte. Oh. Hex bringt, das ist 0. Was ist denn das hier angegeben? Ist doch gar kein Siegpunktfeld. Bringt auch keine Punkte. Also das Feld hier bringt Punkte. Das da. Genau. Schauen wir uns da gleich nochmal an. Your forces are composed of seven groups of units, extensive descriptions of which are found in the operations P and R, L and Fire Support Staff Reports. Genau. Also die tschechisch-schlowakische Armee des Warschauer Pakts bewegt sich eben langsam, aber kontinuierlich vorwärts. The Remain, da ist also eine Brücke über die, die führt eine Brücke über die Donau. Und eine weitere östlich von Straubing, die zerstört ist, hat die tschechisch-schlowakische Truppe eben dazu veranlasst, hier, ja, sich zu bewegen. Unsere Mission ist es halt, diese Truppen, diese Truppenbemühungen zu blockieren, um einen Brückenkopf über die Donau zu sichern, der östlich von Staubing liegt. Straubing, da fehlten eher Leute. Genau, Fire Support haben wir eine Batterie. Drei Batteries. Hier haben wir nochmal die Karte. Und hier ist unsere Motorized Division, Panzergrenadierbataillon 111, um ganz genau zu sein. Und hier sind die Truppen auf einen Blick verteilt. Da oben haben wir das dritte Panzergrenadierbataillon. Vierte Panzergrenadierbataillon. Vierte Panzergrenadierbataillon. Vierte Panzergrenadierbataillon. Panzergrenadierbataillon. Und hier sind diese Siegpunkte meine ich, ne? Electronic Warfare ist mittelstark. Das heißt, im Moment haben wir hier eine Befehlsverzögerung, Command Cycle chrono, also Command Cycle von 21 Minuten. Ja, Minuten. Ne, doch, Minuten. Genau. Genau, da haben wir hier einen Überblick über unsere einzelnen Einheiten. Der Warschau-Pakt hat hier leicht, äh, einen leichten Vorteil. Oder ist hier, ist schwach, aber hat die Lufthoheit, wenn ich das richtig übersetze. Wetter ist gut und bleibt auch zumindest für die nächsten vier Stunden super. Dann passiert ja nicht viel. Also wir haben hier vier Stunden Zeit, um die tschechisch-slowakischen Truppen eben zu blockieren. You may now drag-and-drop your starting units into any group setup hacks. Irresponsible of a total of 1 Recki, 13 Tanks, 24 APC, 18 Infantry, 12 Anti-Tank guns, 8 HQ, 2 Engineers, 8 AD, I don't know, 6 RD and 7 Utility Subunits, worth 3,653 Victory Points. Und, good luck, okay. So, als erstes, liebe Freunde, gucken wir uns ganz gründlich mal die Situation an. Hier sind die besagten Brücken zerstört worden. Und, ähm, hier liegen, das sind, äh, das, die Felder wurden mit Bomblets beschossen, beziehungsweise sind vermint, kann man das so sehen. Hier haben wir aber Truppen stationiert. Können auch mal hier dieses, na, wo ist denn hier das, äh... Genau, ähm, Moment, den wollte ich jetzt nicht droppen, tracken and droppen, no. So, östlich der Donor haben wir hier ein vernebeltes Feld. Vermutlich rechnen wir da mit feindlicher Truppenpräsenz. Warte mal, hier ist noch eine Brücke. Was ist denn damit los? Ah, die ist aber intakt. Oder was? Die führt hier über so eine Sandbank. Ja, das ist wohl, ist wohl so gemeint. Ne, das heißt einfach, hier ist eine Brücke. Donau, genau, breiter, starker, großer Fluss. Da kommen wir natürlich, einer der größten Flüsse Europas, da kommen wir natürlich nicht, ohne Brückenhilfe, äh, und mit Pontonbrücken können wir die auch nicht passieren. Alles klar. So, dann haben wir hier unsere Punkte, die wir verteidigen müssen. Straßenkirchen. Wo ist eigentlich Straubing? Da, Straubing-Ost, ja. So, äh, gut, ähm, jetzt müssen wir uns mal überlegen, also die Truppen sind ja schon verteilt, ob wir die so stehen lassen können. Und dazu werde ich mal die LOS-Funktion nutzen. So. Also der Gegner wird ja versuchen, also, der wird vermutlich versuchen, hier, äh, natürlich, was heißt natürlich, der wird versuchen, hier, ähm, über die Brücke zu pushen. Davon können wir wohl ausgehen. So, dann müssen wir mal gucken, was haben wir da an Truppen stehen, bevor wir uns die Sichtweiten und das Gelände noch mal ganz genau angucken. Also hier haben wir einen Panzerjäger, der steht auch relativ gut geschützt, 67% Cover in der Stadt. Muss gerade mal gucken. Ähm, der ist, also Concealment ist, der, äh, gibt, äh, sozusagen, Wert an, wie versteckt er ist. Also, Verheimlichung heißt das ja. Also, der ist zu 94%, äh, äh, ja, versteckt, kann man das so übersetzen. Ähm, also das ist, ein Panzerjäger ist an dieser Stelle super, denn natürlich, Kräfte, die darüber gehen, die, äh, werden dann gleich behackt. Das ist ein Raketenjagdpanzer. Der hat, äh, Raketen, äh, Panzerabwehr, äh, Rakete offenbar. Es ist diese SS-11, jeweils 14 Stück und dann hat er noch zwei kleine MG-3, 67er dabei, gegen Infanterie. Oh, Range-2-HQ. Der ist schon mal außerhalb der Reichweite. Wo ist das HQ? Äh, da müssen wir mal Order of Battle gucken. Äh, hier, Panzerjagd. Auf der anderen Seite, wie sind die denn hier verteilt? Also, wir haben einmal hier, Jagdpanzer, Jagd, ja, Jagdpanzer stehen. Ähm, wie ist die Range? Oh, der hat ja auch eine gute Feuerwehr. Der deckt hier die Straße ab. Das ist super. Der steht da super, muss man sagen. Den bewege ich schon mal nicht weg. Äh, Äh, auch der ist super hier. Äh, der kann hier auch schon die Straße erreichen und gut treffen. Die sind hier, die sind erhöht und in, äh, in Deckung, mit 90% Deckung und auf Elevation, also Erhöhung 2 und sind ebenfalls mit 97%, ja, verheimlicht. So, und dann haben wir ja hier unten den, der hier auch super steht. Aber, wir brauchen, äh, äh, das HQ. Das HQ hier ist leicht außerhalb der Reichweite. Wo stehen wir denn da? Das ist, das steht da nicht so gut. Ähm, wenn man das hier hinstellen würde. Oder da. 11 von 10. Ja, also hier würde es, vielleicht hier in die Stadt, da ist es schon wieder hier zu weit. Was hier in die Stadt packt, 93% heimlich, Verheimlichung und 67% Cover, dann versorgt es, oder was heißt versorgt, dann erreicht es alle seine Einheiten. Ähm, und wir haben hier noch ein Flak-Regiment, genau, das dachte ich mir schon, hier der Gepard. Einmal Gepard, einmal Stinger, einmal Unimog. Die stehen da ebenfalls perfekt, würde ich sagen. also alles, also alles, was hier dann, zumindest in diesem süd, südlichen Quadranten hier durchkommen möchte, durch die, über den Luftweg, wird hier, kann hier abgefangen werden und wir haben hier auch eine ziemlich gute Feuerreichweite mit dem Gepard. Auch die Stinger und, ähm, das war auf, die Sichtweite von der, von der, von dem Panzer Grenadieren ist gut und vom Gepard noch besser. die stehen also gut. So, das steht hier alles sehr schön, das, also, Panzerjäger, äh, KP weiß ich gerade gar nicht, was ist KP? Äh, 500, wo waren sie denn jetzt? Hier. Die, ähm, Kompanie. Die Panzerjäger Kompanie 560, die ist, äh, also die ist einsatzbereit im wahrsten Sinne. Die ändern, verändern wir nicht. So, jetzt, ähm, gucken wir mal, wie sieht es hier sonst so aus? Dann haben wir die, das Panzer-Grenadier-Bataillon, 111, das zweite. Die stehen hier, also schon mal gut, versorgen hier, sind, äh, Panzerjäger, ähm, in der City positioniert, guter Schutz, gute, guter Concealment-Wert. Hier ist eine Einheit, die, ähm, steht auch im, was ist das, Wald, leicht, Lightwoods oder so, stehen da gut, die haben da sicher auch eine gute Sichtweite, ja, sehr gute Sichtweite und, sehr gute Feuerreichweite. im Grunde genommen hat der Angreifer das in diesem Szenario vermutlich echt schwer. Also wir sind ja hier wirklich perfekt, fast perfekt, äh, stationiert. Brücke ist im Arsch, ähm, die einzige, der einzige Weg aber führt über diese Brücke, äh, Entschuldigung, die anderen beiden Brücken sind im Arsch, also nur hier ist der einzige Zugang, den wir hier aber ziemlich gut abgesichert haben. Natürlich, ähm, der wird hier wahrscheinlich ordentlich in, äh, Artillerie raufkippen, versuchen auch vermutlich mit der, mit Luftschlägen zu kommen. Da müssen wir mal gucken, wie lange wir aushalten, aber durch diese verschiedenen Truppengattungen, ähm, denke ich, haben wir hier gute Chancen, uns zu verteidigen. Also auch hier die dritte Panzergrenadier, dritte Einheit der zweiten Panzergrenadiere, äh, ist hier sehr gut positioniert. So, dann gehen wir mal zu den dritten, zum dritten Panzergrenadierbataillon 111, oder zur dritten Abteilung, sagt man das so, dritte Abteilung des Panzergrenadierbataillons 111. So, ach, Moment, wo ist denn das Hauptquartier eigentlich? gewesen? Da unten, ja. Was ist hier los? Range to HQ. Das ist schlecht. Äh, das übergeordnete HQ ist, ist ja das hier. Äh, da oben, ja. In Straubing. Ähm, ja, die müssen wir eigentlich, müssen wir irgendwie mehr mittig positionieren, also so auf den ersten Blick können wir ja hier an den Markierungen sehen, ne, hier ist der Pfeil nach unten, das geht gar nicht, also deswegen müssen wir da was tun, und hier ist auch irgendwas im Argen bei dieser Einheit. Und hier ist auch viel zu weit weg. Also, das heißt, wir müssen, ja, unser Kommando-Hauptquartier, wenn man so will, aus Straubing nehmen und vielleicht mal hier hinstellen. so geht das nicht. Ach, das, das kann ich nicht bewegen. Okay. Kann ich denn das hier vielleicht, äh, weiter, nach Straßkirchen packen? Auch nicht? Moment. Wieso kann ich denn jetzt nichts mehr verschieben hier? Ach so. Das ist vorgegeben. Das kann ich nicht, das kann ich nicht ändern. Na schön. Dann gilt es natürlich, äh, ja, hm, also wie ist denn die Reichweite? 32 von 20. Das heißt, wir müssten ja dann zwölf Hexfelder in Richtung, äh, in Richtung, ähm, hier, das Hauptquartier ist uns begeben. Das machen wir mal. Ähm, Move, Hasty, das kann ich natürlich nicht sehen hier. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das da der Fall ist, ähm, Hold, ihr müsst halten. Genau. Also hier schon mal ein Bewegungsbefehl erteilt, damit, ähm, ja, die Kommunikation zwischen diesen Hauptquartieren funktioniert. So scheint die eher schlecht zu sein. Und die scheint hier gar nicht stattzufinden bei dieser Einheit. Aber da kommen wir gleich zu. Wir waren jetzt noch beim dritten. Ansonsten passt das. Genau. Dann vierte Abteilung, Panzer, Grenadier, Bataillon, 111. Das sind hier die Panzer. Ja, so angefangen mit diesem HQ hier. Ja, okay, das können wir, das können wir auf jeden Fall mal woanders hinstellen. Ähm, Ja, was ist hier eine interessante Position auf einen Blick? Ähm, Okay, verteilt sind die ja einmal hier, einmal da unten und dort. Das heißt, idealerweise hier irgendwie in diesem Bereich. Wie sieht es hier aus? Okay, es, es bessert sich. Ähm, Ja, wir haben hier kaum Cover, ne? Das ist hier alles frei. Insofern ist es da schon besser. Oder wir müssen den woanders hinziehen. Aber der steht da auch echt gut, finde ich. Und wenn wir den da hinpacken, ändert es nicht viel. War auch schwierig hier, die richtige Stelle zu finden. wir lassen ihn mal da. Möchte ihn nicht gleich verheizen hier am Anfang. Ja, ansonsten, was ist mit der Einheit hier überhaupt? Sollen wir die hier lassen? In der Gefahr, dass der vielleicht hier die Brücken reparieren versucht oder versucht zu reparieren, dass wir da schnell gegensteuern können. Hm. Auf der anderen Seite wäre es schon gut, also den hier irgendwie in diesem Bereich zu lassen, tatsächlich. Weil wir sonst hier nur Infanterie haben und hier zwei HQs. Und der steht ja hier auch so ein bisschen, ja, irgendwie verdeckt in Reserve. den möchte ich eigentlich, jemand anders. Wir fangen mal so an, packen mal den da hin. Da haben wir ein gutes Concealment, gutes Cover und der hat da eine vermutlich gute Sichtweite, ja. und den möchte ich irgendwie auch lieber hier hinpacken. Also das sind ja hier wirklich gute Positionen. Erhöhte, erhöhtes Gelände, dadurch gute Sichtweite und Schussgenauigkeit. Apropos Schussgenauigkeit, also die Einstellung lasse ich jetzt mal auf Standard. Also ich meine jetzt hier diese Edit Order, SOP, Medium Range, et cetera. Das lassen wir mal auf Standard. Na, ihr seht es, das ist super. So, und wenn ich den jetzt hier noch ein bisschen woanders hinstelle, ändert sich da was? Ja, da oben. Ne, das ist nicht gut. Also hier ist schon, hier ist schon am besten. Oder wollen wir den hier auch gleich raus? Hm. Ja, doch. No risk, no fun. Gut, dann haben wir hier die, ach so, das sind übrigens Leopard A1, äh, 1A5. Leopard 1A5, die haben folgende Bewaffnung, die haben, verfügen über eine 105mm Kanone mit jeweils 18 HE geschossen, High Explosive geschossen und 19 AP Munition, Armored Pierced, genau, und 19 HEAT, also High Explosive Anti-Tank Munition, äh, auch hier 2MG3, ansonsten hat der noch eine, bei Vernebelung, also, äh, ne, Moment, Quatsch, oh, da doch nicht, ähm, wo sehe ich denn hier die, Ach genau, hier war das, pardon, äh, hier können wir noch mal ganz schön sehen, also einmal die Protection, Maximum Speed, sehr schön, sehr schön, sehr viele Infos, ich mag das, defensive Mechanismen, Smoke Discharger, und Sensors, das wollte ich eigentlich zeigen, also, Laser Range Finder bereits, und, äh, Nachtsichtgerät, äh, ansonsten Optical Gun Sides, natürlich, bei dem Wetter hier, aber, falls wir uns mal vernebeln, dann haben wir natürlich hier eine gute Chance, und außerdem können gerade die Einheiten, deswegen ist es gut, dass die hier stehen, bei dieser, bei diesen Nebelfeldern, können wir natürlich sehen, was da passiert, so, jetzt sind wir aber durch mit dem Panzern, und zu guter Letzt kommen wir noch zu dem Panzerjäger Company 560, ne, Schall, ja, doch, ne, aber die hatten wir ja schon, glaube ich, ja, die hatten wir schon, uns angeschaut, ähm, Moment, was denn, was denn da oben eigentlich, wer ist denn das hier, hatten wir die schon, ne, die hatten wir nämlich noch nicht, die sind erstmal gut in, in Reichweite hier, bis auf diese, diese, diese Einheit, ähm, die da in Bären, in Berndorf, in der, in dem Dorf, hat die sich, äh, auf, Geländehöhe 2, hat einen guten Concealment, und halbwegs gutes, gutes Cover, das lassen wir so, Leute, das lassen wir alles so, das ist super, aber wir könnten hier nochmal das, HQ ein bisschen ranziehen, Moment, ist das das, das HQ? Ja. Ach so, die sind aber, die sitzen da natürlich auch fest, ich kann das HQ aber hier rüber packen, ja, das ist vielleicht besser, ne, so machen wir das, gut, ähm, dann, gefällt mir das doch mal, jetzt können wir nochmal einmal gucken, wie von hier aus die Sichtweiten so sind, also klar, hier an den Straßen, beim Gegner, klar, der wird mich dann teilweise auch sehen, ne, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, das eine übergibt sich dann hier hoch, auf diese Plateaus, auf eine Höhe von mindestens 2, ansonsten, Befehle habe ich jetzt nicht, bis auf diesen einen, dass wir nämlich uns hier mit dem HQ, natürlich dichter an das Haupt-HQ begeben, insofern, können wir, in dieser Folge noch starten, und los geht's, 21 Minuten, ja, damit haben wir natürlich gerechnet, da wird jetzt ordentlich Artillerie raufgehen, klar, das sind natürlich so prädestinierte Felder, das sieht dann auch der, der Gegner, würde ich dann genauso machen, da haben wir jetzt gerade schon, ein Marder verloren, und ein Leopard, das ist natürlich Mist, trotzdem, ach, der war auf Screen, so ein Ärgernis, jetzt bewegt er sich da weg, na gut, okay, ist vielleicht nicht schlecht, sonst hätte der jetzt in Uttenhofen noch eins draufbekommen, da kommt schon Heind, so, die Tschechen rücken jetzt an, hier, Aufmarschort hatten wir uns natürlich schon, ja, war nicht schwer rauszufinden, dass es natürlich hier irgendwo sein wird, da das ja der einzige Übergang, über den, über die Donau ist, momentan, so, Artilleriefeuer hält weiter an, 14 Minuten, müssen wir noch ausharren, bis wir Befehle erteilen können, unser HQ im Süden ist jetzt bereits gleich in Straßenkirchen, sehr gut, da wird nochmal neu vernebelt, ja, der vernebelt jetzt hier die Sichtweite hinter dem, hinter dieser Nebelwand, äh, klar, äh, der hat hier kaum Deckung, der wird sich, wird hier einen Aufmarschpunkt irgendwie haben, nutzt hier wahrscheinlich das natürliche Gelände und hier diese zusätzliche Nebelwand, ähm, sehr klug, sehr cool, ist wahrscheinlich auch voll realistisch so, da oben sind einige BMPs und BRDMs, da unten ist okay, also unsere Panzergrenadierer haben sich jetzt hier auch wegbegeben, wegbegeben auf Screen, ähm, aus dieser Beschusszone raus, wir haben noch fünf Einheiten da, funktionierende und wir haben hier auch noch, was ist jetzt los, ah, Reinforcements, ach, da fällt mir ein, ich wollte ja noch was zu dem, zu unserem Fire Support sagen, ja, gucken wir gleich nochmal drauf, so, wir haben hier ein, äh, Pionierbataillon, zwei Pionierbataillons, Bataillone haben wir jetzt hier, kommen, sind angekommen, genau, das habe ich jetzt auch gar nicht geklärt, welche Reinforcements da noch ausstehen, wir gucken gleich mal rauf, das ist dann natürlich eine spannende und wichtige Frage, so, jetzt wird der hier beschossen, von der Sam, das war so erhofft, vielleicht, ja, ein Treffer, Leute, ein Treffer, Einheit ist unten, wunderbar, der fliegt hier rein, genau in unsere Falle und wir haben wir natürlich, jetzt haben wir hier, haben wir jetzt hier gerade einen, verloren, einen Gepaill, und auch hier, wunderbar, durch unsere super Sicht und, äh, Voraussicht, äh, genau das, was wir erwartet haben und gehofft haben, hier unsere Leopards, wunderbar, diese Sichtfelder beschrieben, und jetzt haben wir nochmal, Reinforcements bekommen, und zwar hier, ähm, ja, was ist das eigentlich, ähm, ich glaube, das ist eine PAK, ich gucke gleich mal rauf, nein, nicht PAK, das ist, äh, On-Map, äh, Artillerie, 6x155er, FH-70, kenne ich gar nicht, und 6 Unimogs, ich schätze, das ist die, äh, das ist Fire Support, was jetzt angekommen ist, klar, jetzt wird hier nochmal der, äh, die Stadtmitte, Dorfmitte beschossen, und natürlich auch nochmal die anderen Bereiche, ich, äh, ich hoffe, die Panzerjäger, na, da haben wir einen, ein Roland ist das, glaube ich, übrigens verloren, nee, Roland ist der Flaggpanzer gewesen, ähm, aber ansonsten, finde ich, sind diese Verluste, in einem, äh, vertretbaren Rahmen, und hier oben, das hat mich natürlich gefreut, auch die, dieser Hain-Telekopter ist jetzt, hat hier den Rückzug angetreten, nachdem, nachdem da eine, eine Maschine runtergegangen ist, ähm, bei den G-Parts, nee, haben wir tatsächlich keinen verloren, ich war jetzt irritiert, oder? Nee, genau, von der 3, ich dachte, da stand eine 4, ansonsten, ja, alles super, gute Aufstellung, würde ich sagen, ähm, müssen kaum was verändern, ja, und ihr seht jetzt, hier ist auch das HQ, in Reichweite, natürlich, äh, wird es jetzt hier etwas eng, mit der Versorgung, aber, ja, müssen wir hier verstärken, ist die Frage, der wird ja jetzt hier weiter, massiv, ich werde hier mal auch, auf Screen gehen, und hier auf Screen, nee, die sollen auf Hold bleiben, die werden sich ja sowieso, äh, wegbewegen, und das automatisch dann, anhand der örtlichen Situationen, beurteilen, wenn da die Artillerie zu stark ist, also, denke ich mal, können wir so lassen, das war doch ein, guter Auftakt, finde ich, was hätte man besser machen können, oder anders, eigentlich jetzt nicht viel, erstmal, jetzt müssen wir mal abwarten, ob wir hier unten, mit den Kräften, äh, auskommen, ähm, oder, oder möglichst ganz schnell, würde ich jetzt mal sagen, als Springer, sozusagen, ähm, hier mit, mit einem Leopard, irgendwie einspringen, warte mal, also ja, mit, mit noch, mit noch einer Leopard-Einheit einspringen, ansonsten, ja, super, hat jetzt auch ein bisschen länger gedauert, aber, ähm, hoffe, es war interessant, mit anzusehen, ähm, ja, man muss sich da ja so, mit befassen, sich, paar Gedanken machen, das, das, äh, Schlachtfeld mal anschauen, und so weiter, die Einheiten positionieren, ähm, wenn man sich dafür die Zeit nimmt, und das, ähm, überdenkt, sag ich mal, dann, äh, dann ist das auf jeden Fall lohnenswert, und nach hinten heraus, im Spielverlauf, ähm, kann das schon einiges, äh, entscheiden, denke ich mal. Insofern, ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, lasst mir gerne einen Kommentar da, und ein Like, und ein Abo, da würde ich mich sehr drüber freuen, ähm, ähm, denn dieses Nischen-Genre, der Wargames, auch hier für den deutschen Raum, das wäre schon schön, wenn, wenn das mal ein bisschen, bisschen mehr gepusht wird, also insofern, ganz herzlichen Dank, da ist mir sehr dran gelegen, auch, dass wir da eben ein bisschen Aufmerksamkeit generieren, in dieser Community, auf YouTube, ähm, ja, und, äh, ich freue mich auf die nächste Folge, kann es kaum erwarten, ähm, ähm, aber, gut, für diese Woche ist das Programm, steht das Programm, aber für nächste Woche gibt es dann wieder ordentlich, äh, Southern Storm Folgen, das verspreche ich euch. Bis dahin, macht's gut! und, ... Untertitelung des ZDF, 2020